Das ist halt so mit Abstand der gestörteste Anfang von einer Episode, die ich seit langem hatte. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Minecraft Bad Wars mit S zu dem T zu dem U zu dem R zu dem M Fuck nochmal. S zu dem T zu dem U zu dem R zu dem M zu dem W zu dem A zu dem F zu dem F zu dem E zu dem L zu dem L. Ich konnte es mal besser. Ist egal Leute, es liegt daran, die Polen fliegen wieder. Ich kann leider nicht so schnell sprechen, weil wenn die Polen fliegen, werde ich müde. S zu dem T zu dem U zu dem R zu dem M zu dem A zu dem W und jetzt die Materia. Ja, das ist S zu dem T zu dem U zu dem R. Bis die Wolken wieder... Ja, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Bad Wars wieder am Start mit Sturmwaffel logischerweise. S zu dem T zu dem U zu dem R zu dem M zu dem W zu dem A zu dem F zu dem F zu dem E zu dem L. S zu dem T zu dem U zu dem R zu dem M zu dem W zu dem... Es ist echt schwierig mit deinem Namen, Alter. Mit deinem Namen ist es echt schwierig. Mit so einem kurzen geht das so. Es ist K zu dem E zu dem D zu dem O zu dem S. Weißt du, das ist so in drei Sekunden erledigt. Ja, bei dir kann man ja auch sagen, es ist T zu dem H zu dem E zu dem K zu dem E zu dem D zu dem O zu dem S zu dem Z zu dem... Und wir sind immer noch in der normalen Lobby und wir gehen immer ganz kurz weiter, weil wir wieder aufnehmen haben. Oh, Leute, ey. Da war verlooten. Ja, entspannte Aufnahme am Mittag. Hat er irgendwas Bedenkliches gesagt nie, ne? Volles Chaos, Alter. Volles Chaos. Ohne Witz. Ich kann auch hier rein. Tschüüüüüü. Das ist halt so mit Abstand der gestürteste Anfang von der Episode, die ich seit langem hatte. Das ist normal bei uns auf dem TS, leider. Ja, das war halt schon sehr schön. Das Gameplay währenddessen war auch schön anzusehen. Wir haben einfach nur auf Leute draufgekloppt und das war's. Geil. Blau will be dying, hopefully soon. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, Freunde. Bad Wars. Hast du sehr gut gemacht, Coplay123. Auf dich kann man sich halt immer verlassen. Heute auf der Map Old World. Was das schon bemerkt habt? Die Folge redet ja nur schon fast zwei Minuten. Kann man ja schon mal dann irgendwie vergessen. Jetzt geh ich erstmal hier PvP mäßig bisschen abgehen hier. So, zack. Ähm... Rot ist da, Blau ist ja down. Mhm. Blau hüpft da auch grad noch rum, bemerke ich. Wie machen wir das denn jetzt? So, dich nehm erstmal runter. Jetzt sollte ich eigentlich den letzten Blauen ja mal noch kurz irgendwie beseitigen. Das geht ja sonst auch nicht. Machen sie ihn. Machen sie ihn weg. Ich mach ihn weg. Ich mach ihn weg. Ich mach ihn weg. So, dann haben wir ihn mal. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich glaube, wenn die Teammates merken, dass man einigermaßen fix nach vorne läuft, weißt du, und irgendwie probiert, vernünftig zu spielen, dann liefen auch die wenigsten. Jetzt sind genau in der Sekunde ist einer von uns auch gelieft und wir sind wieder alle zu dritt, aber wir hatten das am längsten. Ja, so schön. Ich hab geschrieben von ein paar Leuten, dass die Leverquote wieder deutlich zugenommen hat in Bad Wars. An der Stelle mal, Leute, wenn ihr das hier gerade seht, was soll die Scheiße, schreibt doch wenigstens, wenn ihr essen müsst oder so. Das war Sturmwaffel mit dem Wetter. Ja, ne, aber ich find das so schade. Ich mein, da gibt's ja immer noch diesen 5-Minuten-Bann drauf. Ja. Das ist einfach so unnötig. Ich fand's grad so schön, wie du einfach so, äh, mir wurde berichtet, dass die Leverquote wieder deutlich zugenommen ist. Ich dachte so, okay, das Wetter. Schön. Warst du das schon wieder? Du bist ja aber auch wirklich, du machst meine Runde, ne? Ach so, ne, ich war das nicht. Ach, das war's nicht du? Okay. Okay, okay. Aber war ich auch nicht. Ich glaub, du warst es, weil du bist ja Copley, äh, hier irgendwas, ne? Was wollte ich jetzt, äh, Leute, ich wollte noch kurz was erzählen, für die, die sich jetzt denken, ey, Sturmwaffel, Keros, Paluten, tollste Kombination, die es jemals auf der Welt gab. Es kommt heute Abend ein Vlog online. Heute, ich informiere euch ja derzeit öfters mal. In dem Mund? Genau, im ersten Video über, über, über das zweite Video, sofern es denn mein Aufnahmepartner zulässt, dass ich euch darüber anständig informiere. Gerade klappt das so ein bisschen semi-professionell. Aber, weil gestern kamen ja alle Videos sehr spät online, heute kommt da wieder ein Vlog, es wird super. So, jetzt mal jetzt um dich gemäts, so, geil. So, ja. Wollen wir jetzt mal rot noch machen gehen? Das zweite Video kommt später, Leute. Ja, das kommt, ja, logischerweise kommt das nicht gleichzeitig. Das hast du gut, gut bedacht. Das kommt später, Leute. Du musst Sturmi zugute halten, er ist soeben aufgestanden. Hi, Vlogit, okay. Ich hab Spaß. Das merkt man dir gar nicht an. Doch, ich bin ein witziger Typ. Super witziger Typ. Hast du gehört? Ne, das war es nicht du, der gestorben ist. Minecraft Paul. Minecraft Paul. Paul, ne? Das war ein geiler Name. Minecraft Paul. So. Sind die gut? Weil die sterbt da ja gerade alle die ganze Zeit. Ja, ja, die halten da ganz gut, die Mitte halten da ganz gut gegen, ja, ja. Oh, der hat ja nen Bogen, nicht gut. Ja, 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 ja. Wir müssen aufpassen hier, ich hab eigentlich auch nen Bogen. Jetzt warte mal. Ja, ja, ja. Ach, schieße mir quasi, ich komm da durch. Werder. Schieße mir doch ins Bein. Schieße mir doch, schieße mir quasi. Schieße mir quasi ins Bein. Mann, ich hatte mega die gute Ausrüstung und ich stell mich da rein und lass mich töten. Das ist nicht gut, das macht man nicht. Hab ihn tot. Du hast ihn tot, ja. Jo. Ja. Gut gemacht. Hab mich aber auch nicht gesehen. Doomkopf spielt auf der 1.8. Ah, Mann, was mach ich denn hier gerade eben. Grün lebt übrigens auch noch einer, das sollten wir so ein bisschen im Blick behalten. Damit, äh, ne, einfach, will das im Blick behalten. Oh Gott, oh Gott, da hat jemand nen Bogen. Oh Gott. Take him down. Nein, nice. Okay, jetzt sagst du, ich halte, ich halte, ich halte, ich halte. Okay, oh, 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 okay, okay, ich baue mich durch, ich baue mich durch, ich baue mich durch, ich baue mich irgendwie durch. Der Block ging gerade eben nicht. Alter, hör doch mal auf hier, was ist denn das für eine Aggression? Oder sind, geile, du bist tot? Ja, ich komm rüber, ich komm wieder, ich komm wieder, ich komm wieder. So, bist du wieder, bist du wieder da, oder? Ne, ne, unser anderer Dude ist aber gleich drüben und tötet die gerade. Alles cool, ich bin auch drüben. Ich bin, ich bin aber jetzt tot. Was soll das denn? Wie? Rot, Mensch. Wir haben euch bezahlt, wir haben gesagt, ihr schauspielt die Episode, die muss online. Zack, 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 Business on the Wall Street. Und ihr macht irgendwie sowas. Übrigens bald unser neuer Film, weil als YouTuber muss man ja jetzt auch einen Kinofilm haben, ansonsten werden wir nicht ernst genommen. Business on the Wall Street in der Hauptrolle. Freddy Wu-Tang Clan und Captain Dohrman. Ey, komm bitte rüber, ich hab die gerade, ich hab die gerade im Locker. Okay, ja, okay, ich komm rüber, ich komm rüber. Bitte, ich hab keine Rüstung mehr. Dann haben wir... Ja, nur weil ich nebenbei... Weißt du, nur weil ich nebenbei rede, registriert... Mann! Was ist denn los? Mann! Sorry Leute, hör doch mal auf damit. Was geht denn? Huichaha! Nein! Ich war drüben. Ich hätte die... Also unsere Kiste war einfach unsichtbar, läuft auf jeden Fall hart. Aber vielleicht sollte ich mich auch einfach mal wieder ausrüsten. Das ist immer so eine Option, die man in Bad Wars schnell vergisst. Mhm, ja, die haben auch grad den Weg zur Mitte abgebaut. Geil. Ja, weil wir so mega hart am rushen sind... So, okay. Ja? Hier war doch irgendwo ein Eisending drin. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Das gönne ich mir mal reichlich. Reichlich und gut. So, ich bin am Bett. Ja? Hast du es gleich? Oh, ich bin nicht tot. Nee, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Ich bin gerade gestorben. Wir haben das mit Spinnenweben eingebaut und so. Ach so, das Bett ist auch noch mit Spinnenweben eingebaut. Geil. Ey, die benutzen ziemlich viel Spinnenweben. Das habe ich schon gemerkt. Aber links an der, äh, nee, sorry. Rechts an der Seite, wenn du darüber kommst, ist alles komplett, äh... Ja? Ne, gemaked, äh, habe ich da so ein bisschen abgebaut. Wenn sie vielleicht wieder so gut haben, aber... Ich habe jetzt gerade alle drei vor mir. Ich warte jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf dich, ne? Ja, komm. Das wäre vielleicht ganz gut, damit wir jetzt nicht irgendwie acht Stunden lang noch am Rushen sind und so ein Zeug. Ich kann auch mich wieder equippen, warte, dann brauche ich aber nur gerade... Boah, der kann schon wieder einen Weg ab, der Duggel? Was ist denn los mit ihm? Der Duggel! Der Duggel-Bohntchen wird auch einen Weg ab, ooooh! So, ich habe mal kurz 26 Eisen geholt. Sekunde, ich komme sofort. Hier kann gerade irgendein Schuss vielleicht des Grün jetzt wieder am abgehen. Am Chasen? Am Chasen? Das waren sie ja nicht. Nee, wir sind die einzigen. Also es hätte keinen Sinn gemacht, dass sie... Vielleicht schießt ja irgendjemand von euch, ich weiß es nicht. Irgendjemand wird schon schießen. Nee, ich schieß nicht. Ich schieß nicht. I'm not a Schießer. Kommst du bald? Hast du Bock? Ja, warte, warte, ja, ich equipp mich gerade, deswegen. Hast du Bock? Wirst du kommen? Kommst du vorbei? Ich komme. Ey, er will hier jetzt gerade eben halt mich irgendwie mit seinem Schieß-immer-Daisy-Schwert irgendwie... Ja, ich bin sofort fertig, warte und nochmal das, wo ich laufe. Incoming. Ich halte irgendwie the middle. Ja, du hast ja einen Bogen, oder? Nein, das ist das Problem und ich hätte gerade auch fast... Oh, 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 noch eineinhalb Herzen, nicht so geil. Okay, warte, ja, hast du Essen? Ja, habe ich, ich bin schon wieder am... Pass auf, da kommt einer, der darf mich nicht hin, sonst bin ich in deines. Kriegst du ihn? Ja. Schön. Okay. Jetzt bin ich aber auch tot. Oh man, ey, die sind echt... Ja, die haben halt tausende Schwerter. Ja, die rushen gerade eben mit Schwertern auf uns drauf. Alles cool, alles cool. Wir haben auch richtig viele Schwerter jetzt, warte. Ohne gutes Ende. Sollten wir auch weiter rushen, oder? Ja, ja. Ich glaube, da kommt gerade einer, kann sein. Ich habe irgendwas vernommen. Ne, 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 ne. Ne, gut. Okay, okay, schön. Sind aber alle drei in der Mitte, das heißt, wenn du jetzt da irgendwie dich durchschleichst, dann könnte das ganz gut funktionieren. Außer er hier macht wieder irgendwelche Sing Moves, Sing Moves, ich gebe euch all in aufs Maul, oh, oh, yeah, oh, 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 oh. Okay, wollen wir durch? So ein bisschen. So ein bisschen, oh Gott, jo. Sweden Maiden. Sweden Maiden? Oh, 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 ja, Tomo Noin, Tomo Noin. Ah, fuck. Hon Tomo. Oh, oh, okay, okay, rechts geht's rum, ne. Okay. Okay, 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 okay. Ja, ich, ich, ich probier auch. Ach, das ist doch zum Kotzen mit diesen Spinnenbeben. Das ist richtig, richtig. Das ist richtig nervig, weil da muss man ja dann eigentlich aufs Schwert wechseln, ne, um das irgendwie ordentlich zu machen. Und das kriegst du so schnell, kommt das gar nicht in deinen Synapsen an. Und vor allem nicht, wenn man so einen geilen Schlafreundes hat, wie wir beide, der Zweit. Ja, ja. Der Zweit? Oh, ich hab irgendwie ein neues Wort davon. Ich krieg's einfach nicht hin, Alter. Ah, Mann! Es nervt mich richtig gerade, Mann. Es ist aber gerade laut geworden, so an sich. Ja, ich mach jetzt nochmal, ich mach jetzt, es ist jetzt, es ist jetzt egal, jetzt, jetzt. Jetzt kommt, jetzt kommt die Taktik, die ich nicht fahren wollte und die asozial ist, das tauchen. Bogen, meinst du? Aber, ja, Bogen, Mittelstellen, Goal, Equipment, Död. Bogen, Bogen, Spam, Bogen, Spam, Bogen, Spam. So, ich mach auch ein bisschen Assi-Moves. Und zwar mich einfach mit der Kran-Taktik noch ein bisschen vorbauen, das ist doppelt abgelenkt, weißt du? Hm. Ja, ich mach jetzt den Schizzle hier für dich und dann das auch. Weißt du, man muss einfach auch zu härteren Mitteln greifen ab und zu im Leben. Es reicht jetzt langsam. Es ist wirklich schlimm, es ist, es reicht. Bisschen Abos. Abos, Erbos, was auch immer. Ey! Ich lande und natürlich innerhalb von einer Sekunde ist der Typ direkt an meiner Position. Ich mein, die hat auch keine Ausrüstung, aber... Ja, unser Typ macht aber genau das Gleiche. Macht er die Runde mal wieder ohne mich, ne? Ist schon in Ordnung. Nichts ohne dich, alles gut. So, der ist tot. Ganz gut wie diese Runde, so eine Eskalationskurve. Fängt ganz hart an und dann irgendwann so... Ja, das war... Ja, das ist echt. Das ist echt, Mann, ey. Das ist wie der Josh-Bad-Wars. Grün kommt gerade eben hier von rechts irgendwie angelatscht. Ja, da ist ja noch ein Grüne. Da eine Grüne da noch existiert. Aber das war jetzt nicht so... Die von Erfolg gekrönte Tat, muss man sagen. Da ist er doch. Warte und... Tu noch mal einen, da ist der zweite drin und tot. Ich mach einfach weiter wie vorher. Wir gehen jetzt einfach auf den Sack. Ja, ja, ja. So anders geht's ja auch nicht, ne? Ja. La, 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 la. La, 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 la. Das ist lang genug irgendwie ausgezögert. Mit der mit der Rüstung. Nein, das ist so nervig. Die checken's gerade nicht. Ich hab die auch ganz gut in der Base occupied. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Ich hab's. Oh, oder? Ja, gut. Das Bett ging gerade eben kurz nicht. Das war nicht so nice. Nice, 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 nice. Schön, dass wir das mal haben. Oh, ja, dich nehm ich gleich noch mit. Oh, ja, und dann nehm ich dich halt nicht mit. Dann bin ich halt... Oh, unser Bett auch? Nee, ne? Nee, nee, nee. Warum kam da gerade... Bei mir kam gerade zweimal das Geräusch irgendwie. Ja, das kann manchmal sein. Das ist... Bad Wars. Hör auf mich so zu... Warum nehm ich noch eine Spitzhecke mit? Zu veräppeln. Zu veräppeln, Bad Wars. Veräppeln mich, mein Wetter. Du älter, du älter, du älter, du älter. Du älter, du älter, du älter, du älter. Leute, ihr müsst das alles sich entschuldigen. Es ist echt... Es ist Sommer. Und die Sonne scheint mir in mein Gehirn... Wäre da immer ein bisschen komisch einfach so. Das ist... Oh, war's schon. Team Gelb hat gewonnen. Team Gelb sind wir. G zu dem G. G zu dem G. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr heute noch weitere Videos sehen wollt, und davon gehe ich mal aus, weil, ey, die Sonne scheint Werder Bock rauszugehen. Niemand, würde ich sagen. Gibt's natürlich... Wir nehmen ja gleich noch ein Video für deinen Channel auf. Kommt das heute? Das kommt heute. Und dann kommt gegen Abend, so in etwa 19 Uhr, wenn ich alles richtig hinbekomme, Uploadzeiten sind ja 16 und 19 Uhr meistens, wird dann noch ein Vlog kommen von meiner Zeit in Kölle, wo ich viel mit Palle und Sturmi gemacht habe. Zumindest so ein paar kleine Ausschnitte, wo ich in deren Wohnung aufgewacht bin. Sehr viel Spaß gemacht. Das wird euch also noch am Abend erwarten. Ansonsten könnt ihr euch die Videos von gestern anschauen. Ihr kennt das schon alles, ne? Jetzt sind wir aber durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.